Rückspiel im Relegationsspiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern. Das Hinspiel hatte nicht sonderlich begeistern können. Kaiserslautern die wohl leicht bessere Mannschaft, Dynamo Dresden jetzt aber im heimischen Stadion mit Rückenwind. 0 zu 0 ging es im Hinspiel aus und hier hatte das erste gute Ausrufezeichen Dresden und die Szene noch immer heiß. Jannik Stark, der hat den Ball gut zu liegen, der hat starke Distanzschüsse drauf. Rapp mit der ersten Parade und weniger Umblicke später mit der zweiten. Das hätte schon das 1 zu 0 für Dynamo Dresden sein können. Ansonsten nicht viel los in Durchgang 1, beide wieder sehr abwartend. Ritter jetzt mal auf Beuth, der steht plötzlich völlig frei vor Kevin Broll, bekommt es aber nicht hin. Aus dieser Distanz einzuschießen, zu unplatziert. Links, rein, unten, da wäre viel Platz gewesen, aber das lässt sich als Kommentator immer so leicht sagen. 0 zu 0 nach 45 Minuten. Es war noch Potenzial nach oben da, aber beide Mannschaften hatten so ihre Chancen. Durchgang 2, wieder Dynamo Dresden mit dem besseren Beginn. Weihrauch und Königsdörfer. Wieder Rapp. Dann die Szene geklärt, aber das sind Chancen, die müssen einfach sitzen. Unterhaltsam war es aber trotzdem. Dynamo dichter dran am Führungstreffer. Wir sind schon in der Schlussphase. 85. Minute. Dynamo nochmal mit da Ferner. Es fehlte nicht viel am Lucky Punch, aber der Ball von der Ferner, er ging dann doch vorbei. Es blieb also auch nach 180 Minuten beim 0 zu 0. Wir gingen in die Verlängerung und da hatte der 1. FC Kaiserslautern dann endlich auch mal wieder nach vorne was zu zeigen. Wunderlich mit dem Freistoß aus dem Halbfeld. Erstmal flach auf Redondo. Wieder wunderlich. Kraus. Wunderlich. Und Terence Boyd. in der 105. Minute. Das war auch dermaßen knapp. Der Ball sollte einfach nicht rein. Es war fast unglaublich, was beide Mannschaften hier für Chancen vergeben hatten. 110. Minute. Es lief langsam auf das Elfmeterschießen hinaus, weil Terence Boyd an diesem Dienstagabend es einfach nicht schaffte, das Duell mit Kevin Broll für sich zu entscheiden. Wieder toll gehalten. Die Torhüter auf beiden Seiten auf jeden Fall. Die absoluten Scene-Stealer. 120. Minute. Dresden ging nochmal rauf. Stark mit der Balleroberung. Daferner, Königsdörfer und Patrick Weirauch in der 120. Minute doch mit dem 1 zu 0. Dresden hält die Klasse in allerletzter Sekunde. Vermeiden sie das Elfmeterschießen und bei den Spielern und den Fans, da gab es kein Halten mehr. Unglaublich bitter für Kaiserslautern. Was für ein Spieler kann so ein Pass verkraften, den er hier her schenkt. Und Dresden nutzt das aus. Dynamo hält also tatsächlich die Liga. Gewinnt mal wieder ein Spiel. Und das ganz kurz vor knapp. Riesenenttäuschung bei Kaiserslautern, die trotzdem natürlich eine tolle Saison gespielt haben. Aber jetzt wird kurzfristig die Enttäuschung überwiegen. Es war ein Wahnsinnsfight. Am Ende entscheidet ein Fehler von Kaiserslautern. Und das Tor von Weirauch über Sieg und Niederlage.